Okay, yo! Hey IntelliYoutube, was geht bei euch meine Freunde? Ich bin wieder zurück mit einem Genshin Impact Video und heute möchte ich mit euch über eins der Events sprechen, welches am 10.02. mit dem Laternenfest, mit dem Laternenritual anfängt. Und zwar das Stand-by-Me-Event, zumindest heißt es so im Englischen, bei dem ihr euch einen von Lewis' Four-Star-Charakteren aussuchen könnt. Insgesamt stehen sechs Charaktere zur Auswahl und ich blende euch mal ganz kurz die Charaktere ein, beziehungsweise das Banner dafür ein. Ihr könnt entweder nehmen Xiangling, Shenyan, Beidou, Ningguan, Xingqiu oder Sean Jung und in dem Video hier möchte ich euch heute meiner Meinung nach mitteilen, welcher der beste Charakter hiervon ist. Ich habe mich natürlich ausgiebig informiert und ich spiele das Spiel auch schon sehr lange, selbst im Endgame, was bedeutet, ich habe die meisten Charaktere hiervon selbst schon gespielt. Eigentlich alle außer Xiang Yun, wenn ich ganz ehrlich bin. Und den hat mein Kumpel auf C6 durchgemaxt und hat mir dazu eine Menge Informationen gegeben, weshalb ich euch über jeden Charakter was sagen kann und euch meine Empfehlung mit auf den Weg gebe. Gerade für Free-to-Play oder neue Spieler, was meiner Meinung nach das Beste ist. Am Ende des Tages muss ich aber dazu sagen, egal welchen Charakter ich euch empfehle, wenn ihr den Charakter nicht mögt oder ihr einen anderen Charakter besser findet oder dieser besser in euer Team passt, solltet ihr logischerweise den Charakter nehmen, auf den ihr Bock habt, weil es am Ende des Tages ein Spiel ist, was Spaß machen soll und ihr nicht nur die ganze Zeit den Meta-Damage zahlen oder Supports hinterherlaufen braucht. Fangen wir aber an. Ich würde sagen, wir starten einfach mal durch. Wir gehen ins Figurenhandbuch ganz kurz rein. Und der erste Charakter, über den ich sprechen möchte, ist Xingqiu. Xingqiu ist ein Sub-DPS und ein sehr guter Charakter, wenn es darum geht, Elementarreaktionen in eurem Team auszulösen. Xingqiu selber ist ein Wassercharakter, wie ihr sehen könnt. Und das macht ihn sehr, sehr, sehr universell einsetzbar mit anderen Elektrocharakteren zusammen, Feuercharakteren zusammen oder auch Eischarakteren zusammen, um die jeweilige Elementarreaktion halt auszulösen. Und overall muss ich sagen, ist der Kollege einfach richtig gut, weil er eine der besten Elementar-Applicationen im ganzen Spiel hat. Das heißt, er kann super, super oft, super konsistent Wasser auf den Gegner hinzufügen, was diese ganzen Elementarreaktionen überhaupt erst möglich macht. Eine Sache, die ich aber von Anfang an sagen muss, Xingqiu ist am besten mit einem Nahkämpfer zusammengespielt. Sowas wie Beidou, Keqing, Diluc, eventuell auch Xiao etc. Also mit einem Nahkämpfer zusammen scheint er am besten, weil ihr Auto-Attacks machen müsst, um seine Ulti zum Beispiel auf den Gegner proggen zu lassen. Ansonsten müsst ihr auch nah am Gegner dranstehen, damit die eh den Wassereffekt auf den Gegner gibt. Und er ist auch noch ein guter Sub-DPS, nicht nur, weil er so oft die Reaktionen ermöglicht, sondern auch gleichzeitig, weil seine eigenen Wassereffekte mit den Wasserschwertern, die er beschwört, auch noch soliden Around-technischen Damage machen, den man for free nebenbei bekommt, weshalb man auf keinen Fall auf Xingqiu verzichten sollte. Und wenn ihr noch keinen Xingqiu haben solltet, ist dieser selbst auf 10-0, wenn das euer erster ist, definitiv ein sehr, sehr stärker Charakter für euch. Über Constellations sprechen wir, by the way, nachdem wir darüber gesprochen haben, welche Charaktere ihr euch hiervon zuerst nehmen solltet, falls ihr diese noch nicht habt. Mein nächster Pick auf der Liste ist Ningguan. Ningguan ist meiner Meinung nach der beste DPS, der hier gerade zur Auswahl steht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, sie ist ein Geo-Element, was bedeutet, ihre Elementarreaktion ist, sag ich mal in Anführungszeichen, ein bisschen langweilig, weil sie nur Schilde produzieren kann, aber sie macht extremen Damage. Ningguan selbst ist leider erst ein wirklich krasser DPS, sobald ihr die ersten Constellations von ihr kriegt, 1 und eventuell 2. Was bedeutet, wenn ihr schon eine Ningguan habt und ihr hier mit C1 slash C2 bekommen könnt, ist es auf jeden Fall ein Pick, der worth it ist. Und im nächsten Banner, was kommt mit dem Kiching-Banner, ist Ningguan mit drin. Falls ihr also bis dahin warten wollt, erst im Kiching-Banner abholen wollt und euch dann entscheiden wollt, welchen Charakter ihr euch aus dem Stand-by-Me-Event rausnehmen wollt, habt ihr natürlich die Möglichkeit, dann Ningguan zu nehmen, falls ihr darauf Bock habt. Nächster Charakter danach ist Beidou. Beidou ist eine Art Bruiser, DPS und Sub-DPS Support. Was bedeutet, sie hält verdammt viel aus, sie ist relativ tanky, hat nicht den besten Burst-Damage, außer mit ihrer Counter-Ability, welche aber sehr situationsabhängig ist. Und nach Round-Technik macht Beidou einen soliden Schaden physisch, genauso wie Elektro, also hybriden-Technik. Und sie kann als Main-DPS genauso wie als Sub-DPS gespielt werden, weil sie eure Main-DPS ist verstärkt mit ihrer Ulti und einem potenziellen Reinswitch-Counter-Abblock. Ansonsten ist sie halt, wie gesagt, ein Bruiser-Technischer, relativ tankiger und, sag ich mal, über dem Durchschnitt starker DPS-Charakter. Also sie macht mehr Damage als ein Sub-DPS zum Beispiel, macht aber nicht ganz so viel Damage wie so ein Deluke-Main-DPS logischerweise. Aber dafür hat sie halt dieses Bruiser-Bild, dieses Tanky-Bild, so nach dem Prinzip halt, ich stehe hier und du kriegst mich nicht weg. Nächster Charakter, den ich euch empfehlen würde, ist Jin-Yan. Jin-Yan ist ein Physical-DPS, zumindest wenn ihr sie auf 10-0 habt. Alle ihre Constellations machen indirekt ihren Physical-DPS besser, aber mit den Constellations bekommt sie nachher auch Support-Möglichkeiten. Sie ist persönlich meiner Meinung nach ein relativ guter Charakter, weil sie ein Feuer-Typ ist, Pyro-Typ ist. Was bedeutet, in Kombination mit anderen Feuer-Typen oder Pyro-Typen bekommt ihr 25% Attack-Bonus, was gerade halt auf Physical-DPS und aber auch auf anderen DPSs, die ihr damit verstärken wollt, eventuell relativ viable ist und das relativ stark macht, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, wenn ihr zum Beispiel keinen Razor habt oder keinen Razor spielen wollt, so an Jin-Yan, ist es definitiv eine Alternative, die ihr in Betracht ziehen könnt. Und nächster Charakter, den ihr meiner Meinung nach danach nehmen solltet, ist Jong-Yun. Jong-Yun ist ein, ja, ziemliches Problemkind. Sorry, Jong-Yun-Fans, aber ihr wisst es selber, der Charakter ist nicht allzu gut. Ihr könnt den Charakter als Sub-DPS in Freeze-Coms spielen und das ist wirklich seine einzige Aufgabe zur Zeit. Er ist nicht sehr gut kombinierbar, er hat ein großes Problem, in Teams zu passen und er hat noch ein größeres Problem, wenn man Teams um diesen Kollegen hier herumbaut, weil er aufgrund seiner E-Fähigkeit ziemlich viele, sag ich mal, Damage-Kombinationen kaputt macht, weil seine E die Attacken eures Main-Carries mit Eis überschreibt, was nicht in allen Coms gerne gesehen ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Seine Constellations sind relativ egoistisch, weshalb der Kollege auch als Main-DPS gespielt werden kann, aber von allen Main-DPSs, die mir gerade einfallen, ist Jong-Yun wahrscheinlich einer der etwas schlechteren, der niedrigere Damage-Zahlen sieht als andere. Es funktioniert logischerweise, so wie alles, aber nur weil man eine Barbara-DPS spielen sollte, oder sollte, sag ich schon, kann, sollte man das nicht tun, so rum. Und das gleiche würde ich persönlich auch zu Jong-Yun sagen. Aber ich will euch nicht aufhalten, wenn ihr den Mann liebt, go for it. Letzter Charakter, den ihr hier noch nehmen solltet, ist Chang-Ling. Chang-Ling ist meiner Meinung nach deutlich besser als Chang-Yun oder auch besser als Xin-Yun, wenn ich ehrlich sein darf. Aber der Grund, warum der auf meiner First-Pick-Liste, als letzter ist der Charakter, ist, weil jeder eine Chang-Ling kostenlos bekommt, wenn ihr A-3-3 cleart. Was bedeutet, jeder von euch sollte auf eurem Account eine for free Chang-Ling besitzen. Und demnach ist es halt nur eine Constellation, wenn ihr Chang-Ling pickt. Okay, kommen wir jetzt auf Constellations zu sprechen. Wir gehen ganz kurz über jeden Charakter drüber. Xing-Show. Also, die Constellations, die Bread and Butter auf ihm sind, sind C2 und C6. Gerade C2 ist super, super stark für Free-to-Play-Spieler. C1 ist okay, aber nicht das Gelbe vom Ei. Aber wenn ihr auf C2 gehen könnt, wie gesagt, ist das hier auf jeden Fall ein Upgrade wert. Wenn ihr auf C1 zurzeit steht und C2 freischalten könnt, solltet ihr es auf jeden Fall tun. Overall, C2 verlängert eure Ulti halt um drei Sekunden und reduziert den Hydro-Widerstand. Und es ist selbst erklärend, warum das ein Ziel ist, was ihr anstreben solltet. Nächster Charakter ist, wie gesagt, Ningguan. Ich hab euch gesagt, die ersten beiden Constellations sind wichtig, um DPS-Builds zu bauen. Und die erste Constellation macht, dass all eure Auto-Attacks Flächenschaden machen. Was bedeutet, ihr könnt damit sehr gut große Räume mit vielen Gegnern halt niedermähen. Und Ningguans Attacken haben Probleme gezielt, manchmal auf ein Target zu fliegen, welches ihr angreifen wollt. Deshalb ist es nice, overall die ganze Zeit AOE-Schaden zu machen und alles umzumähen halt. Ihre E ist auch ganz nett, weil wenn der Jade-Schirm zerspringt, dieser mit sechs Sekunden Abklingzeit instant wieder gesetzt werden kann. Das bedeutet, ihr könnt E, Ulti, E machen zum Beispiel als Kombo, welches extrem Burst macht, weil der Jade-Schirm auch AOE-Schaden macht. Sondern ihr bekommt auch noch nebenbei Elementarpartikel, weil ihr eure E benutzt habt. Was bedeutet, Ningguan hat ihre Ulti umso schneller wieder ready. Die letzte Constellation auf Ningguan, die ich euch empfehlen würde, ist Constellation 6. Falls ihr also ins Keqing-Banner investieren möchtet und oder falls ihr eventuell schon eine relativ hohe Ningguan habt, ist C6 auf jeden Fall etwas so rum, was ihr in Betracht ziehen solltet, was worth it für euch sein kann. Aber wie gesagt, C6 werden die wenigsten Free-to-Play-Spieler bei den wenigsten Charakteren haben. Weshalb C6 meistens ein Flachfeld für euch. Es sei denn, ihr investiert extrem in einen Five-Style rein, den ihr unbedingt haben wollt und zieht nebenbei ein bisschen Lucky. Die ganze Zeit die gleiche Kopie des Charakters, mehr oder weniger. Nächster Charakter ist Beidou. Beidou ist ein sehr, sehr, sehr solider DPS und Sub-DPS, wie schon gesagt. Die Constellations hier, die interessant sind, sind Constellation 2, 4 und 6. Constellation 2 hilft DPS und Sub-DPS Beidou extrem weiter, weil ihre Ulti-Kettenblitze auf zwei weitere Gegner springen, selbsterklärend. Dann haben wir hier C4, was ihr als Main-DPS hilft. Und wir haben C6, was ihr auch als Sub-DPS und als Main-DPS hilft, weil der gegnerische Elektro-Widerstand wird um 15% gesenkt, während ihr halt in der Nähe seid mit Beidou's Ulti, was mega, mega sick ist. Nächster Charakter danach, in den ich persönlich investieren würde, Fun-Fact, ist auch wieder Shin-Yan. Shin-Yan scheint mit ihren Constellations. Constellation 1 erhöht euren Attack-Speed, ist richtig nice, nachdem ihr gecrittet habt. Was bedeutet, sie wird damit nur noch besser als Main-DPS, falls ihr sie physisch spielen wollt. Mehr Attack-Speed nach einem Crit bedeutet mehr Schaden, gerade bei physischen Builds. C2 ist die Ability, die Constellation, die ihr wirklich haben wollt, wenn ihr Shin-Yan Viable machen wollt. Aufgrund der Tatsache, weil der kritische Part ihrer, oder der physische Part ihrer Ulti bekommt einen 100%igen Crit. Und ihr bekommt außerdem ein Stufe-3-Schild, was bedeutet, ihr könnt mit eurer Q und eurer E abwechselnd Schilde hin und her weaven, sodass ihr permanent ein Schild aufrecht habt, weil eure E 18 Sekunden Cooldown oder so hat, was viel zu lange ist. Constellation 4 ist ein guter Support-Skill für sie selbst oder für einen anderen Physical-DPS, weil Physical-Defense gesenkt wird um 15% und ihre C6 ist für sie selbst als Main-DPS gut, weil 50% ihrer Verteidigung in ihre Heavy-Schläge reingehen, was mega, mega nice ist. Oder beziehungsweise in ihren Attack reingehen und Heavy-Schläge verbrauchen weniger Ausdauer, was richtig, richtig nice ist, um mit dem Charakter halt physisch einfach mit Heavy-Attacks richtig durchzudrehen. Ja, wie gesagt, wenn ihr hiermit auf C2 gehen könnt, ist das das, was ihr am allermeisten anstreben solltet als Free-to-Play. Alles andere danach ist halt nice to have icing on the cake, wie man so schön sagt, aber nicht wirklich necessary. Danach würde ich euch persönlich empfehlen, auf Xiangling zu gehen. Xiangling ist eigentlich ein sehr guter Feuer-DPS. Ich persönlich habe meine Xiangling als Free-to-Play auf C6, weil ich stark in sie investiert habe, weil ich sie zusammen mit meiner Gany und meiner Melt-Kombo spiele. Ihre C1 ist ganz okay, aber wenn ihr einen neuen Charakter nehmen könnt, solltet ihr auf jeden Fall den neuen Charakter über der C1 für Xiangling nehmen. Xianglings C1 macht, dass ihr Guba, wenn der den Gegner mit Pyro-Damage trifft, die Pyro-Resistance des Gegners für 6 Sekunden um 15% reduziert. Ist natürlich nice für Xiangling selbst und euren anderen Pyro-DPS, den ihr im Team spielt. Öl auf Feuer ist meiner Meinung nach total trash, braucht ihr euch nicht drum kümmern. Was danach worth it ist, ist langsam gegart. Das ist eine Constellation, Constellation 4, die ihr eventuell holen solltet. 40% mehr Feuerrad, also Ulti-Zeit bedeutet, dass eure Ulti insgesamt 14 Sekunden geht, anstatt nur 10 Sekunden. Und die letzte Constellation ist natürlich auch bonkers, die kann ich euch auch empfehlen. Bedeutet, solange wie eure Ulti an ist, macht ihr 15% mehr Feuerschaden mit Xiangling selbst und mit all euren anderen Feuercharakteren im Team. Der letzte Charakter, auf den ich zu sprechen kommen möchte, der am wenigsten worth es Constellation-technisch, ist leider Xiangyun. Wie gesagt, alle von Xiangyungs Constellation sind sehr, sag ich mal, egoistisch, sind sehr für Damage aufgebaut. Klar, die ballern ordentlich rein, aber das war's dann auch schon. Die einzige Constellation, die wirklich interessant ist, auch gerade für den Support Xiangyun, ist C2, weil diese potenziell gesehen die Cooldowns von Elementarfähigkeiten um 15% verringert. Aber, aber ich muss dazu sagen, es ist absolut nicht worth it. Auf den meisten Elementarfähigkeiten habt ihr eh nicht zu viel Cooldown. 15% davon ist maximal eine Sekunde oder so. Auf den längeren Elementarfähigkeiten, die 18-20 Sekunden Cooldown haben, spürt ihr das natürlich ein bisschen besser. Dann habt ihr dann zwei Sekunden oder sowas weniger Cooldown. Ist alles nice to have, aber sind wir mal ganz ehrlich, die meisten Spieler da draußen switchen eh nicht sekundengenau auf ihre anderen Charaktere, um ihre Skills zu drücken. Und vergessen andauernd, dass ihre Skills up sind. Oder switchen zwei, drei, vier Sekunden später erst in den Charakter, weil sie gerade noch mit dem Main-DPS in der Attack-Kombo sind. Was bedeutet das hier? Dieser 15% weniger Cooldown hört sich auf dem Papier in der Theorie richtig gut an. Aber in der Praxis ist es nicht wirklich umsetzbar. Viele Leute machen halt den Fehler und halten ihre Skills nicht effektiv auf Cooldown. Mich eingeschlossen, gebe ich ehrlich zu. Und von daher ist die Constellation eigentlich total überflüssig. Aber jetzt wisst ihr, wie es läuft. Meiner Meinung nach, demnach, solltet ihr in den meisten Situationen als allererstes in Xingqiu investieren. Egal, ob ihr den Charakter pickt oder Constellations. Danach, falls ihr ein Sub-DPS schon habt oder nicht mehr braucht und ein Main-DPS braucht, ist Ningguan für euch da. Wenn ihr Ningguan schon haben solltet oder sie nicht spielen wollt, ist Beidou gut als Main-DPS und Sub-DPS. Wie gesagt, bei den beiden sind C1, bei der ist C1 und C2 auch gut. Hier wird sie viable ab C2, beziehungsweise sie ist auch auf C0 viable. Aber die Constellations, die ihr euch holen solltet, solltet ihr hier maximal nehmen, wenn ihr auf C2 damit kommt. Ansonsten mit C1 ist es nicht worth it. Danach habt ihr halt die Möglichkeit, auf Xinjiang zu gehen, Xiangling und zuletzt, meiner Meinung nach, Xiangyun. Aber das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und einen Daumen nach oben. Ich weiß, ich habe heute relativ schnell gesprochen, weil ich immerhin über sechs Charaktere sprechen musste. Und ich habe auch nicht im kleinsten Detail erklärt, was die Charaktere alle genau können, beziehungsweise wo deren Stärken und Schwächen liegen. Das liegt aber daran, weil das Video sonst zu lang geworden wäre. Es ist jetzt schon länger geworden, als ich möchte. Und keine Panik, Leute. Ich werde irgendwann in naher Zukunft damit anfangen, individuelle Charakter-Guides zu machen, wo ich den Charakter im kleinsten Detail auseinandernehme, euch erkläre, euch Artefakte, Waffen, Talente etc. erkläre und weiterhelfe empfehle. Und ja, sobald wir mit der Serie anfangen, wie gesagt, gehen wir über jeden Charakter im Detail nochmal drüber. Danke fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und einen Daumen nach oben. Abonniert zum Kanal, falls ihr keine Gänschen-Guides oder lustigen Videos mehr verpassen wollt. Und spätestens mit dem 10.02. sehen wir uns wieder, würde ich sagen, wenn die Events losgehen, weil wir dann einiges an Content zu machen haben. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und ciao.